Danke. Warum das Danke? Ja, wegen 100 Abonnenten, was denn sonst? Dank euch habe ich nun finally die 100 Abonnenten erreicht und das ist halt kaum zu glauben. Mein Kanal ist schon fast zwei Jahre alt, wir haben die 100 Abonnenten und ich hoffe, das bleibt auch so. Dabei danke ich am meisten auch den Dome HD als auch den Last Gaming, die haben mir theoretisch am meisten geholfen. Aber gut, erstmal zu diesem Video. Dieses Video ist ein 100 Abonnenten Special, es gab schon in meinem zweiten Kanal auch eins, nämlich Mario Kart 4 von 2 Challenge. In diesem Video wird zwar auch Mario Kart sein, der Löks, aber heute gibt es ein 1 gegen 1 gegen den lieben Last Gaming. Auf jeden Fall wünsche ich euch auf jeden Fall dann noch viel Spaß mit dem Video. PS, ich habe Last Gaming richtig zerstört. Halt's Moe, Junge! Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem 18-Nator. Willkommen wieder in Mario Kart 8 Deluxe. Ich weiß schon, wie der Mario Kart Wind juxt. Heute mit dabei ist Lars Gaming. Was geht, was geht? Was geht? Mario Kart 1 gegen 1, bitte, gegen 18-Nator himself. Dabei übrigens der zweite Teil von seinem Video ist übrigens in der Videobeschreibung, nicht vergessen. Heute wollen wir ein 1 gegen 1 spielen, aber ich sag mal, nicht wirklich ein 1 gegen 1. Wir brauchen auch Herausforderungen, ne? Nämlich, wie jetzt bei, wie erklärt, mit folgenden Regeln. 200. Ohne Teams. Furios. Schwer. Alle Fahrzeuge. 80 rennen. 80? Let's go! Was du drauf hast, ne? Warte ab, Junge. Ich werde dich schnell annehmen. Und, go! Da bist du dich. Ich meine Schrecke machen. Ach, du bist da Nuki, Mario, lol. Ich bin halt ein geisteskrank guter Spieler. Ja, ich nicht. Nein! Ich bin runtergefallen. Yeah. Ey, ich hab vor langem Mario Kart mehr gespielt. Du brauchst fast jeden Tags, wenn's Mario Kart wieder aus, ist unfair. Wenn man die ganze Zeit meinen Kanal abonniert hat, dann weiß man, dass ich zu viel jetzt Mario Kart gespielt habe. Es ist so unfair, man. Oh, Toad, dieser kleine, äh, kleine lieber Kerl. Kann ich bitte mal aufhören, drei Pilze zu bekommen? Ich knall die Gasse gegen die Wand, komm nicht so weiter, man. Ey, ich bekomm auf den sechsten Platz... Oh Gott, ich bin geflogen. Ich bekomm auf den sechsten Platz drei Pilze. Legit? Alter, ich werd in der ersten Runde, glaub ich, erster. Yes! Yes! Ah, ich bin hier. Betrug! Yes! Yes! Was mach ich da mit meinen Händen? Hä? 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 Ich geh raus. Hä? 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 Dieser Sound. Das hört sich wunderschön an. Ja gut, ich hab die wunderschöne Krone. Sieht man das? Fick er mich nicht. Oh shit. Okay, okay. Oh Gott, ich fang hier richtig gut an. Jetzt bin ich drin, ich bin jetzt drin, glaub ich. Deswegen, ich hab letztens als Donkey Kong gespielt. Deswegen bin ich grad voll im Hype von dieser Musik. Ja, das ergibt Sinn. Ich hab ehrlich gesagt schon mal in Donkey Kong gespielt. Aber ich hab's direkt der Stadtbibliothek wieder zurückgegeben. Das war... Jetzt ist das schwer? Ne, ich hatte auch langsam irgendwie keine Lust mehr. Ich hab mir auch gedacht, warum hab ich's ausgeliehen? Ja, weil du los musstest. Ja, Bruder muss los. Oh Gott. Shit. Okay. Ne, 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 ne. Jetzt hab ich den Goldpilz und bin trotzdem auf dem Elften. Das bringt mir so viel. Goldpilz in C30CM ist der Schluss, das du bekommen kannst. Ja, das ist wahr. Ja, das ist wahr. Alter, dritter. Oh, es kann was. Erst noch Platz. Ach, Quatsch. Dann kann ich wäre... Ich hatte grad nen Goldpilz, Digga! Uhuhuhu, blauer Panzer unterwegs. Jaaaaaaah! Nein! Nein! Uuuuh... Oh, das ist... Das ist lächerlich. Haf,二, höh, gefällt mir mit. Siegt er auch noch? Tchüh, das ist grad verkackt. Set mal Cola gönnen. Joel pinch doch mal... Wer hat jetzt die Krone? Es ist zu wild. Leider du! Tic-Tac Trauma! Nein! Man erinnert sich doch, wie das HÄH aus mir entstanden ist. Man erinnert sich noch. Bitte nicht Tic-Tac Trauma. Ich hasse es. Ich liebe es. Hier, grüner... Ah, nicht grüner, roter... Ah, Junge! �만 більst. Was? Wait a minute. Was? Was? Ich muss auf jeden Fall Lakito stoppen. Der ist erster. Jetzt bin ich erster. Hab kein Item bekommen. Bombenprank. Ah, du hast getroffen. Alter, wieder erster. Kommt schon. Der Bombenprank hat mich zerstört. Der Bombenprank hat funktioniert. Approved. Der Bombenprank hat mich auseinander genommen. Jetzt bitte nicht Superschein verkacken. Ich hab einen Superschein verkackt. Okay, ich nicht. Als ob so Busch mich einfach anhält, statt dass ich ihn durchfahre. Ich verkackert so krass. Oh, ein Stern, danke. Jetzt kommt. Kriege ich irgendwann wieder einen Bombenprank? Loll! Ich hab ne Bombe. Hahaha. Bockprank. Warten, ich werd getroffen. Du hast es jetzt getroffen, wahr? Ja. IQ 1000. Kannst du das nur noch mit dem ersten Platz abwechseln? Ja, irgendwie schon. Alter, scheiß ich was hinter mir. Boah, ist doch. Alter, dritter wenigstens. Dritter ist in Ordnung. Leider bist du richtig weit vorn. Wie kannst du und Scheigeld bitte so schnell da vorne sein? Ich bin krass. Nein, ein bisschen nicht. Ein Blaupontor wäre nice. Dankeschön, ich bin nicht erster. Trotzdem hat er mich getroffen. Das war eben ein Fehler. Ich hab Angst vor dir, Junge. Wieso hast du Angst vor mir? Nur weil ich zu 1,99 groß bin? Nein! 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 Bitte! Bitte! Nein! Ja! Nein! Nein! Wie? Wieso holen wir alle nicht auf einer auf? Das sind noch 4 Cent. Stell dir vor, siebte Rennen. Kurz zu Ende. Ich werde safe gewinnen. Stell dir vor. Und auf einmal Connection los bei mir. Oh Gott. Das wäre richtig assi. Ich würde direkt meinen Controller auf den Boden schmeißen. Ich würde direkt meinen Controller auf den Boden schmeißen. Ja, für ne kurze Zeit war ich erster. Dann kam ich. Ja, dann kam Blast Gaming. Hat mir mein ganzes Leben versaut. Dreckshalter. Ja! Ich hab die Hupe. Cannon Blower Panzer kann mir jetzt was anhaben. Nein! Ich hätte dich fast getroffen. Nein! Wieso holen die mich immer ein? Nein! Ich tanze in dem Käse. Spaß. Immer diese scheiß Büsche. Immer diese scheiß Büsche. Nein! Nicht wenn ich fliege! Ja geil. Der hat dich nicht abgefahren. Bob Break! Alter, ich bin noch nie vorbeigefahren. Nein! Was hast du getan? Nein! Ich bin gegen die Wand gefahren. Schon wieder! Nein, ich bin gegen den Zaun gefahren. Ja! Schon wieder! Ich hab einen Pilz! Hä? Nein, du B***er! Ich hasse dich! Die Strecke ist so schlimm. Ich weiß! Ich hab nicht mein Item bekommen. Ich schon. Ich hab einen lächerlichen Pilz. Oh Gott! Mein erster Hinfaller. Wieso ist Baby Daisy immer vorne? Lächerlich. Die ist ein Baby. Die ist nicht intelligent genug. Der 5. Der 5. Low Panzer E.T. Und was hab ich bitte? Eine Super Hupe! Was? Der hat's nicht gemacht! Ey, der hat's nicht gemacht! Der hat's zu früh gemacht wahrscheinlich. Ich hab grad die peinlichste Treffer bekommen. Ich wurde von den Turms zerstört. Von CPUS. Zerstört ihn. Hä? Wie kann das sein? Ich bin erster in dieser Strecke. Ich hab den Mark 4 8. Hab alles zerstört. Komm! Bitte! Tod hat sich auch einen geholt. Ich bin siebter. Oh mein Gott. Ich hab um vier Punkte verloren. Das ist aber nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Ja, selber kann alles auch okay. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt. Like. Abo. Glocke. Feedback. Ich hasse Lars Gaming und tschüss. Tschüss Freunde! Lasst alle bitte ein 18 A3 und ein Like. Till. HAAAAAAA